Seit Beginn der Corona-Pandemie sind US-Wissenschaftler zufolge weltweit bereits mehr als eine Million Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Das geht aus Daten der Johns Hopkins Universität in Baltimore hervor. Mehr als 33 Millionen Infektionen wurden nachgewiesen. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Rund ein Fünftel aller erfassten Todesfälle beklagt die USA, wo mehr als 205.000 Menschen gestorben sind. In Brasilien sind mehr als 142.000, in Indien mehr als 95.000 Menschen gestorben. In Österreich sind es bislang 774 Menschen. Die Opferzahl in den USA, wo rund 330 Millionen Menschen leben, ist weltweit die bisher höchste in absoluten Zahlen. Relativ zur Einwohnerzahl ist die Zahl der Toten jedoch in einigen europäischen Ländern höher. In den USA sind rund 63 Menschen pro 100.000 Einwohner gestorben. In Großbritannien liegt dieser Wert ein wenig höher. In Spanien kommen 67 Tote auf 100.000 Einwohner, in Deutschland elf. Die WHO hat bis Montag mehr als 996.000 Todesfälle und gut 33 Millionen bekannte Infektionen erfasst. Die Coronavirus-Pandemie hat um den Jahreswechsel in China begonnen. Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 kann die Erkrankung COVID-19 auslösen, die vor allem bei älteren oder immungeschwächten Patienten tödlich verlaufen kann.